Hi, ich bin CK. Ich fahre nun seit vier Jahren LKW und bin vor kurzem in den Besitz einer Action Cam gelangt. Da ich diese unbedingt ausprobieren wollte, habe ich aus den entstandenen Clips dieser Woche ein Highlight Video gebastelt. Das möchte ich jetzt regelmäßig machen. Ich bin CK. 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 Ich bin CK.